Musik Musik Johann Sebastian Bach, der kannte dieses Lied auch und er hat es bestimmt auch oft als Kind gesungen. Und weil er es so schön fand, hat er dieses Lied mit hinein in seine Weihnachtsmusik genommen. Doch weil der Herr Bach so ein toller Komponist war, hat er die Melodie ein wenig verändert und er hat sich dazu einen neuen Text ausgedacht. In seiner Passung von dem Lied sagt er zu dem Jesuskind, wenn es das nächste Mal nichts Besseres findet als eine harte Krippe, dann soll es doch zu uns Menschen kommen, soll in unser Herz hineinschlüpfen. Dort ist es warm und dort kann es gute Ruhe finden. Musik Amen. Amen. Amen.